Herzlich Willkommen im Hotel und Restaurant Linde in Heiden. Hier werden Sie sich wohlfühlen. Wir bieten in vielen Belangen das Besondere. Von einer Genossenschaft getragen, lässt Sie die Linde einen speziellen Geist und ein starkes Engagement des Mitarbeiterteams spüren. Viel Lustigs bietet die frische Lindenküche mit saisonalen Gerichten und Appenzeller-Spezialitäten. Ein echter Genoss. Zum Gespräch, zum Mittag- und Abendessen und für jeden Anlass haben wir die passenden Räumlichkeiten. Von gemütlich bis gediegen. Insgesamt rund 250 Sitzplätze bieten wir in der liebevollen Beiz, dem Speisesäli, der Terrasse und im wohl schönsten Saal der Ostschweiz. Der historische Avendsaal aus Biedermeierzeit um 1880 ist eine Attraktion sondergleichen. Ein passender Rahmen für Ihre Vereins-, Firmen- und Familienfeiern, aber auch für viele kulturelle Veranstaltungen.